Was ist das denn da? Klaus, mess das mal aus. Geht klar, wird dir Macht. Ah ja, hab ich mir doch gleich gedacht. Drei Meter acht. Entschieden zu lang. Hermann, mach da mal ein Schild ran. Jawohl. Hier wächst ja alles kreuz und quer. Man findet fast den Weg nicht mehr. Alles struppig. Alles wild. Und hier der Flamingo. Passt rein farblich nicht ins Bild. Hermann, Schild. Jawohl. Aha, schon wieder so ein langer Ast. Man muss sich hier die ganze Zeit ducken. Und hier unten liegen lauter Eicheln rum. Kann sich ja ein Kind dran verschlucken. Der Ast hier hört im Knast. Und überhaupt die Blätter hier. Sind ja ja nicht dünner, vier. Oh Mann, Hermann. Nicht quatschen. Schild. Zu schmal. Zu breit. Nicht zugelassen. Zu kurz. Zu lang. Nicht angemessen. Nicht erlaubt. Nicht korrekt. Nicht genehmigt. Das muss weg. Zu krumm. Zu schief. Zu dreckig. Zu rund. Zu spitz. Zu eckig. Zu dick. Zu dünn. Zu bunt. Zu klein. Zu glatt. Zu nass. Zu krumm. Zu klein. Ordnung. Muss sein. Schild? Klaus, hol mal deine Liste raus. Was gibt's denn noch? Och, einige. Der Igel hat zu spitze Stacheln. Verletzungsgefahr. Die Weile hält die Nachtruhe nicht ein. Ein Skandal. Und die Wildschweine graben haltet um. Und die Biber bauen ohne Baugenehmigung. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und der Fuchs hat keinen Jagdschein. Hermann, nicht schlecht. Der Teich ist viel zu voll. Das Wasser viel zu alt. Hermann schreibt das Mahlensprotokoll.